Zu uns war vereinbart, ein Bürokratieabbau-Paket auf den Weg zu bringen. Seit dem Abschluss des Koalitionsvertrages haben die Datenerhebungen und Meldeverpflichtungen, von dem es bis Krankenhaus-Transparenzgesetz allerdings eher zugenommen. Wann beginnen Sie, ein Bürokratieabbau-Projekt zu schmüren? Also wir haben die Bürokratieabbau-Maßnahmen in die Gesetze hineingetragen, wo sie schon vorab gemacht werden können, um nicht Zeit zu verlieren. Wir arbeiten aber darüber hinaus noch an dem Bürokratieabbau-Gesetz. Aber es sind schon zahlreiche Maßnahmen zum Bürokratieabbau beschlossen worden. Und im Krankenhaus-Sektor, der hier spezifisch angesprochen wurde, ist es zum Beispiel so, diese Transparenz, die jetzt geschaffen wird, dafür werden die Qualitätsberichte in ihrer Bedeutung deutlich zurückgenommen. Die werden wahrscheinlich mittelfristig entfallen. Und im Krankenhaus-Finanzierungsgesetz ist vorgesehen, da wird ja mit Vorhaltepauschalen gearbeitet, dass diese extrem aufwendigen Prüfungen eines jeden Falles auch fair belegt, dass das nicht mehr stattfinden muss, sondern dass da nur noch stichprobenweise vom medizinischen Dienst geprüft wird. Denn wenn 60 Prozent der Vergütung über eine Pauschale erfolgt und nur noch 40 Prozent über die eigentliche Rest-DRG, dann ist eine solche aufwendige Einzelfallprüfung, wie sie jetzt gemacht wird, nicht mehr nötig. Auch in den Praxen, also entbürokratisieren wir. Wir werden zum Beispiel den Arzneimittelregress weitestgehend abschaffen. Das ist auch eine sehr bürokratische Prüfung der Einzelpraxis, nicht beliebt bei den Kolleginnen und Kollegen. Das wird zahlreiche andere Beispiele geben. Alles klar, Frau Professor...